Gut, dann lass uns loslegen. Grüß dich Michael. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist und heute Premiere, mein erster Podcast mit Video. Florian, danke dir. Sehr cool. Da bin ich ja froh, dass ich da dabei sein darf. Genau, weil du hast gesagt, du möchtest den Podcast gerne auch als YouTube-Video rausbringen. Ich mache das schon seit zwei Jahren, aber immer schön mit einer Grafik und einer Wellenform drunter. Weil ich immer gesagt habe, gut, wenn ich das mit Video mache, dann aus dem Videostudio. Und das habe ich heute vergeigt. Also ich sitze in meinem Tonstudio, dafür haben wir einen besseren Ton als im Videostudio, aber leider nur ein Webcam-Signal. Ja, so ist es halt. Aber du weißt ja, das macht ja auch Reality-Content aus, den wir hier machen, so roh wie möglich. Genau, und wir haben auch gerade festgestellt, du bist ja auch Rheinländer, von daher der alte Spruch, it could, it could, it could. So is it. It had no more you, it could. So is it. So is it nämlich. Genau, ein Rheinländer in Wien. Wahnsinn. Wie hat es dich nach Wien verschlagen? Naja, wie hat es mich nach Wien verschlagen? Ich war lange Zeit in Hamburg, dann kam irgendwann Corona und dann sind meine Freundin und ich einfach losgefahren mit dem Wohnmobil und sind immer da in Europa irgendwo hingefahren, wo gerade kein Lockdown war. Und ja, dann waren wir lange in Kroatien, waren ein bisschen da unten an der Adria unterwegs und irgendwann sind wir auch in Wien hängen geblieben und haben festgestellt, ey, Österreich ist ja eigentlich das bessere Deutschland und dann sind wir hier geblieben. Spannend. Ja, das mit dem Rumreisen im Wohnmobil, das haben Freunde von mir auch gemacht. Die sind dann leider in Portugal hängen geblieben und kamen nicht mehr zurück, weil alles zu war, aber... Naja, es gibt wahrscheinlich schlimmere Orte. Definitiv, definitiv, kann ich mir gut vorstellen. Unser Thema heute, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin bei LinkedIn, ist das Thema Contentplanung grundsätzlich, aber vor allen Dingen auch Mehrfachverwertung. Und du hattest gerade eben schon in deinem kurzen Vorgespräch gesagt, du hättest da ein paar Kniffs und Tricks dabei, denn was ich immer wieder feststelle, wir beraten ja auch Unternehmen beim Thema Videocontent, also Videocontent für Social Media oder YouTube ist ja nur ein Teil dessen, was unsere Kunden machen. Und so einem Nebensatz habe ich irgendwann mal vor einem Dreivierteljahr gesagt, ja, dann nehmt ihr das hier auf, dann könnt ihr da ein YouTube-Video draus machen, ein Podcast, habt direkt Video, um das bei LinkedIn zu posten und hier und da. Und dann wurden die Gesichter ganz, ganz groß, die Augen, der Mund ging auf und da habe ich, das war nicht das letzte Mal festgestellt, dass die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, wie sie möglichst effizient Content planen. Und verwerten. Ja, glaube ich dir. Ja, glaube ich dir. Genau, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger, wenn man das einmal durchblickt hat, sich da eine Systematik gebaut hat. Erstens, wie man wirklich Content-Ideen am Fließband eigentlich generieren kann und damit eben seine Content-Planung im Griff hat und einem nie wieder die Ideen ausgehen. Und dann zweitens, das auch super schnell und einfach in Content verwandeln kann, diese Ideen in Content verwandeln kann. Und dann sogar noch so ein paar Kniffe dafür sorgen kann, dass irgendwie die Reichweite von dem Content irgendwie, ja, gefühlt mal 100 so stark ist. Dann hat man da echt sich was sehr, sehr, sehr Schönes gebaut, was ich jetzt auch die letzten Jahre hier für uns so aufgebaut habe. Und da habe ich euch hier mal ein paar Kniffe mitgebracht, die können wir ja gleich mal durchgehen, die uns da immer sehr helfen. Und ich glaube, die können vielleicht auch hier deinem Publikum gut helfen. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch wirklich mit Content-Planung, woraus generiere ich Ideen und ähnliches, anfangen und dann natürlich logischerweise daraus die Mehrfachverwertung. Ja, sehr gerne. Dann bin ich gespannt. Ja, also Content-Planung, das ist ja, für viele ist das ein Riesen-Pain. Unsere Kunden sind ja auch vor allen Dingen IT-Unternehmen, Software-Unternehmen, Consulting-Unternehmen im B2B-Bereich. Und da höre ich dann häufig so Sachen wie, ja, also für unser Produkt, wie soll man denn da jetzt irgendwie regelmäßig Content machen? Was soll man denn da an Content veröffentlichen? Da fehlen uns irgendwie die Ideen und auch die Zeit dafür, uns da irgendwie immer wieder hinzusetzen und jetzt irgendwie Redaktionsplanung zu machen oder irgendwas in die Richtung. Und dann kommen halt so diese typischen Sachen raus, ne? Dann ist irgendwie so Tag des Wellensittichs oder so. Und dann gibt's halt irgendwelchen komischen Cringe-LinkedIn-Posts rund um Thema Wellensittiche. Und dann wird irgendwie versucht, da die Brücke zu schlagen zum eigentlichen Fachthema. Und ja, das kommt natürlich dann auch irgendwie nicht gut an, ne? Das kann man sich vorstellen. Das ist dann kein hilfreicher, nützlicher, wertvoller, exzellenter Content. Und was ich da empfehlen kann, so als ersten kleinen Kniff, ist, dass man sich einfach auf dem Handy seine Notes-App schnappt und da einen so eine Note aufmacht. Und das ist ab sofort deine Content-Ideen-Sammelliste. Und dann gehst du einfach mit offenen Augen durchs Leben und schreibst dort alles rein, von morgens bis abends. Das kann im beruflichen Kontext sein, das kann im persönlichen Kontext sein. Was dir über den Weg läuft, was Content-Themen sein könnten. Content-Ideen, wo du Content zu machen möchtest vielleicht mal irgendwann, wo du denkst, hey, da könnte ich mal was zu aufnehmen. Das war eine spannende Inspiration, das war ein spannender Gedanke, das war ein spannendes Gespräch, was ich da gerade hatte. Und dann einfach nur bam, bam, bam die Sachen da reinschreiben. Was mir dabei auch häufig hilft, ist, ich konsumiere auch natürlich viel Content von anderen Content-Creatoren. Also sei es Podcasts oder YouTube-Videos oder LinkedIn-Postings etc. Und dass ich da natürlich auch viel Ideen bekomme, wenn ich Podcast-Folgen höre zu einem bestimmten Thema, wie ich das wiederum auf unser Thema übertragen könnte. Also unser Thema jetzt zum Beispiel speziell Performance und Content-Marketing im B2B eben kombiniert. Und da kommen super häufig dann Ideen und dann einfach immer sofort in diese Liste reindroppen und reinschreiben. Und dann in dem Moment, wenn Content produziert werden soll, wie man das dann macht, kommen wir später noch zu. Aber in dem Moment, wenn Content produziert werden soll, schnappst du dir einfach diese Liste, machst diese Notes-App auf deinem Handy auf und hast da dann schon richtig schön ein paar Themen auf dem Silbertablett vorbereitet, die du dann in Content gießen kannst. Und da ist es einfach ein super simpler erster Kniff, diese Notes-Liste auf dem Handy zu haben und da alles unterwegs immer reinzuschreiben, was dir so über den Weg läuft an Content-Ideen. Und dann gehen dir auch die Content-Ideen nie wieder aus, das kann ich dir garantieren. Bei mir ist diese Liste jetzt, ich habe da mittlerweile ein Google-Doc und ich glaube, die ist jetzt irgendwie so 15 bis 20 Seiten lang. Und wirklich so einfach so Bullet-Point-mäßig bam, 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 untereinander die ganzen Ideen. Da kann ich dann praktisch Roulette spielen und mir da irgendwas raussuchen. Wenn freitags wieder Content-Tag ist, so wie heute. Okay. Ja, ich kenne das auch. Ich habe das auch mit einer Notes-App eine Zeit lang gemacht und irgendwann für mich festgestellt, aber das ist jetzt bei mir persönlich so, dass das Einzige, wo ich jeden Tag wirklich viel Zeit mit verbringe und reingucke, meine E-Mails sind. Weil ich halt sehr viele E-Mails jeden Tag bekomme und schreibe und dann habe ich mir einfach eine E-Mail-Adresse angelegt, XYZ at Corporate Studio. Da sage ich natürlich jetzt nicht die Adresse, sonst schreibt mir da irgendjemand noch wilde Nachrichten hin. Und da sitze ich, also mir passiert es genauso, wie du es sagst. Ich komme morgens aus der Dusche. Es gibt ja, Männern wird ja nachgesagt, am stillen Örtchen unter der Dusche kommen die meisten Ideen. Das kann ich bestätigen. Und sobald es geht, schnappe ich mir mein Handy und manchmal habe ich auch sofort den ganzen Beitrag schon grob fertig. Also bei mir ist es hauptsächlich LinkedIn-Beiträge und schicke es an die E-Mail-Adresse. Und genau wie du es gesagt hast, ich habe mittlerweile so viele E-Mails, die noch einen roten Haken dran haben, was heißt, noch nicht benutzt. Also müsste ich zum Teil nur ausformulieren, aber kann ich nur bestätigen, funktioniert hervorragend. Dieses ad hoc sich hinsetzen, jetzt brauche ich Content, funktioniert überhaupt nicht. Vielleicht noch ein kleines Add-on dazu. Alex Hormosi macht das immer ganz smart. Der hat auch diese Liste, aber diese Liste ist praktisch sein Twitter-Account. Und dann tweetet er einfach seine Content-Ideen am laufenden Fließband raus und macht damit auch gleichzeitig direkt Marktforschung und guckt eben, welche dieser Content-Ideen einfach bei den Leuten am besten ankommen. Und dann weiß er auch direkt, dann hat er sogar noch ein Rating mit dazu, um welche Content-Idee er sich als nächstes kümmern soll. Und nicht schlecht. War ein ganz cooler Zusatz-Hack, ja. Wenn man bei Twitter aktiv ist. Genau. Oder jetzt bei Threads. Threads, ja. Ich glaube, der Kelch geht an mir vorbei. Man muss nicht alles mitmachen, wenn zumindest das Thema Social Media nicht das Hauptgeschäft ist. Ja, das stimmt natürlich. Ja, mal gucken. Ich bin noch nicht auf Threads, aber ich glaube, ich gucke es mir mal an. Ja, spannend. So, dann hast du ja sicherlich noch einen anderen, du hast gesagt, drei Tipps. Genau. E-Mails grundsätzlich waren gerade auch schon ein gutes Stichwort. Ich will noch ein bisschen tiefer reingehen, wie man auf solche Content-Ideen, die man dann eben in seine Notes-App oder in seinen Twitter-Account oder in seinen Google-Doc oder sich selbst per E-Mail schicken kann, wie man auf die Ideen kommt. Und da darf man sozusagen seine eigenen Sinne noch ein Stück mehr darauf schärfen, dass man ja von morgens bis abends ohnehin Content produziert. Also, zum Beispiel, wenn ich E-Mails schreibe an Kunden oder an Interessenten, die mich zum Beispiel irgendwas Bestimmtes gefragt haben, das ist mittlerweile bei mir im Kopf so eingebrannt, dass ich sozusagen keine Content-Produktionsarbeit jemals doppelt mache. Das heißt, wenn mich ein Kunde was fragt, sei es jetzt zum Beispiel per E-Mail oder im Telefonat oder im Zoom-Call oder sonst wo, dann schreibe ich das auf, antworte da mit dem Kunden oder gebe ihm die Antwort so und nehme das dann in Zoom einfach direkt nebenbei auf. Und dann weiß ich, aha, das, was ich da gerade als Antwort gegeben habe, das ist ja wertvoller, hilfreicher, nützlicher Content, in diesem Fall jetzt für den Kunden erstmal direkt, aber natürlich auch für viele andere Leute aus meiner exakten Zielgruppe, die sich dieselben Fragen stellen. Und dann schnappe ich mir das, was ich ja gerade produziert habe und das kann dann direkt ein Stück Content werden. Natürlich, wenn man es jetzt als Posting raushaut oder so, dann würde man nochmal drüber polischen und das nochmal nach einem bestimmten Schema aufbauen. Kommen wir gleich noch zu, das wäre dann der dritte Tipp, nach was für einem Schema man schnell und einfach seinen Content aufbauen kann. Aber grundsätzlich erstmal sozusagen dieses Mindset in sich zu tragen, dass ich ja ohnehin in jedem Telefonat, in jedem Zoom-Call, in jeder E-Mail, in jedem Gespräch mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Partnern, mit Interessenten ohnehin von morgens bis abends Content produziere und da dann auch schon sozusagen den ersten Schritt in Richtung Content-Recycling und Content-Repurposing, Mehrfachverwertung gehen, wo wir nachher noch tiefer drüber sprechen. Und dieses Mindset, das ist super, das ist ein absoluter Game-Changer. Kann ich nur empfehlen, sich da drauf ein bisschen zu konditionieren. Okay, das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall. Weil, wie du schon sagtest, man beantwortet doch eh jeden Tag einen Haufen Fragen. Ich überlege gerade bei mir sind es, ja wobei mittlerweile nicht mehr so viele, lange Zeit waren es hauptsächlich technische Fragen. Wobei ich da so eine Content-Produktion von weg möchte. Aber, ja, es ist doch eine ganze Menge, wenn man da einfach mal so ein bisschen offener, genauso wie durch den Alltag geht. Dann haben sich viele Themen schon von selber erledigt. Wo willst du mit deiner Content-Produktion eher hin, wenn du sagst, weg von den technischen Themen? Habe ich schon angefangen oder bin ich schon dabei seit einem halben Jahr, weil ich unsere Positionierung noch ein bisschen oder meine Positionierung geschärft habe, weg von der technischen Dienstleistung. Also das Thema Studios einrichten ist ja bei uns in Anführungsstrichen nur ein Teil. Nämlich das Werkzeug, aber jetzt nicht die Besonderheit. Die Besonderheit ist die Aufklärung, Beratung im Vorfeld und natürlich im Nachhinein auch die Befähigung und Begleitung unserer Kunden bei der Umsetzung. Und gerade das erste Thema, die Aufklärung, was kann ich mit Videokommunikation machen? Zum Beispiel Content für Social Media, aber noch so viele andere Sachen im Sales, HR und so weiter und so fort. Und da einfach durch weglassen technischer Themen die Positionierung stärken. Das ist jetzt so das, was ich mittlerweile mache. Ja, cool. Genau, und da kriege ich jeden Tag E-Mails und Fragen und da wir ja fast jede Woche Workshops dazu geben, kriege ich auch immer einen Haufen Fragen. Hammer. Eine einzige Content-Schatztruhe, auf der du dann da eigentlich von morgens bis abends sitzt. Wenn ich daran gedacht hätte, ja. Aber bisher war mir das gar nicht so bewusst oder, ja, nee, nicht wirklich richtig bewusst, dass ich auch so rangehen könnte. Von daher sehr wertvoller Tipp, vielen Dank. Ja, gerne. Und ja, dann natürlich im nächsten Schritt ist dann die Frage, alles klar, Informationen, was ja nichts anderes ist als Content, nützliche, hilfreiche, wertvolle Fachinformationen, die gerne halt auch mit einer persönlichen Note gespickt sein dürfen. Wie kann ich die denn jetzt schnell und einfach dann auch wirklich in, ja, in Content packen, der funktioniert? Also der auch im Optimalfall, wir wollen ja gleich noch über Repurposing, Mehrfachverwertung sprechen, der im Optimalfall auch direkt auf vielen Kanälen funktionieren kann. Und da gibt es ein Schema, eine Schablone sozusagen für Content, die ich da sehr zu schätzen gelernt habe und die wirklich für 99 Prozent der Content-Anwendungsfälle und auch Formate und Kanäle passt und funktioniert. Und das ist das sogenannte Story-Teach-Tool-Schema. Story-Teach-Tool. Okay. Und das ist so attraktiv, weil es der perfekte Sweet-Spot ist aus persönlichen Inhalten kombiniert mit nützlichen, exzellenten Fachinhalten. So, und das funktioniert dann folgendermaßen. Egal, ob du jetzt ein Posting schreibst oder eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video aufnimmst oder ob du hier auch so ein Interview machst oder ob du einen Blog-Artikel schreibst oder ob du eine E-Mail schreibst. Egal, ob E-Mail-Marketing oder eine direkte persönliche E-Mail, ganz egal. Story-Teach-Tool funktioniert eigentlich immer, weil du nämlich startest mit diesem Story-Part. Also du gibst am Anfang erstmal kurz und knackig, das muss gar nicht lang sein, kurz und knackig erstmal eine kleine Geschichte so aus deiner persönlichen Erfahrung, aus deinem persönlichen Leben oder aus deinem Berufsleben, wo du sozusagen den Hintergrund dessen erzählst, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt halt Inhalte zu diesem Thema veröffentlichst. Das baut sozusagen diese persönliche, emotionale Brücke zu dir als Person, Story, dann gehst du über, leitest sozusagen über in den Teach-Part und im Teach-Part, da gibst du dann eben die wertvollen Fachinhalte, also die Inspiration, den Tipp, die Kniffe, so wie wir das jetzt hier machen. Wir machen hier eigentlich auch gerade Story-Teach-Tool. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass wir irgendwie beide Rheinländer sind und so weiter. So zack und jetzt sind wir hier gerade im Teach-Part drin und geben sozusagen den nützlichen Fachinhalt und gleich am Ende kommt noch der Tool-Part. Und man kann diesen Teach-Part auch immer sehr schön im Listical-Style machen, also ähnlich wie wir das jetzt hier machen mit den irgendwie 6 plus 1 Kniffe zum Thema Contentplanung und Mehrfachverwertung. Weil wir Menschen, wir mögen das einfach weiterhin. Das ist einfach für uns einfach greifbar, Listical-Style, das geht in jeglichen Content-Formaten, das kann man gut machen. So kann man den Teach-Part immer sehr, sehr, sehr schön aufbauen. Müssen jetzt nicht immer 6 oder 7 sein, können auch einfach nur 3 Tipps sein oder so oder auch nur 1 Tipp, der gegeben wird. Und dann hinten raus noch zum Abschluss, um das Content-Piece noch abzurunden, Tool. Da geben wir dann den Leuten sozusagen noch einfach ein Werkzeug mit auf den Weg, einen nächsten Schritt, wie sie das gerade Gelernte sozusagen schnell und einfach dann auch für sich auf die Straße bringen, umsetzen können. Das kann ein Tipp sein zu einem weiteren Video, das kann vielleicht irgendwas zum Runterladen sein, das kann ein Call-to-Action sein, das muss man dann eben von Fall zu Fall entscheiden. Aber grundsätzlich Story-Teach-Tool, so kann man jedes Content-Piece super, super, super easy aufbauen und es funktioniert eigentlich immer. Klasse. Ja, ich überlege gerade, ich bin ganz schnell am Reflektieren, wie man es am besten oder wie ich es am besten umsetze und ob ich es schon umgesetzt habe. Und ja, ich erlebe das ja auch sehr häufig in LinkedIn-Posts und mache es witzigerweise auch bei meinen eigenen, dieses am Anfang eine kleine Story, eine Einleitung und halt eben nicht an den Haaren herbeigezogen, wie du eben schon am Anfang erwähnt hattest, sondern wirklich Inspiration. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ich habe gestern eine Podcast-Folge zum Jahresende aufgenommen und dachte mir, ach komm, ich glaube, letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, ich mache mal so ein bisschen Review, was ist über das Jahr gelaufen und so weiter und so fort. Ja. Ihr kriegt von mir jetzt keinen Jahresrückblick und nichts irgendwie, weil was soll ich schreiben? Tolle neue Kunden, tolle Umsätze und es ist doch völlig egal, interessiert euch doch auch gar nicht. Lieber möchte ich Leuten danken und ein bisschen eine Aussicht geben, was sie nächstes Jahr von mir erwarten können. Und da fiel mir nämlich gerade ein, ich werde die Folge nochmal komplett aufnehmen und das als Aufhänger am Anfang nehmen, weil das mich so inspiriert hat heute zu sagen, ich mache das Ganze neu. Gut, bei einer Jahresrückblicks- oder Endfolge ist jetzt mit Tipps nicht viel, wobei ein, zwei Kleinigkeiten habe ich doch im Kopf. Doch, du wirst garantiert, du wirst garantiert, genau, du wirst halt was mitgenommen haben, du wirst Erkenntnisse gesammelt haben oder du wirst eben auch mit Ausblick aufs nächste Jahr Dinge in dir tragen, die dann halt sozusagen den Teach-Part in dem Fall dann halt ausmachen. Genau, oder so, ja. Du baust erstmal die persönliche Brücke, dadurch, dass du halt genau die Geschichte erzählst, die du gerade erzählt hast, du hast halt diesen LinkedIn-Poster von einem Kollegen gesehen und das hat dich inspiriert, jetzt das Ding einfach nochmal aufzunehmen und dann kommt halt, ja, dann kommt sozusagen der Inhalt, Teach und dann gibt es hinten raus noch irgendwas, was du vielleicht noch als Tool oder so oder als was auch immer hinzugeben kannst. Ja, ja, auf jeden Fall sozusagen den nächsten Schritt. Super, schon mal sehr hilfreich. Übrigens, normalerweise tippe ich hier mit, um schon mal die Show-Notes zu haben, das lasse ich heute mal, weil das im Video so blöd aussieht, aber vielleicht zwischendurch so ein, zwei Sachen schreibe ich mir doch auf. Machen wir uns, vergesse ich das. Sehr schön, das war jetzt Nummer zwei. Nee, Nummer drei, Nummer drei. Genau, Nummer drei. Können wir jetzt ja mal Richtung Mehrfachverwertung, Content-Recycling, Content-Repurposing übergehen? Genau. Also, weil da ist ja das Ziel, dass wir eben nicht eine von denjenigen sind, die ja leider die absolute Mehrheit sind, die viel Herzblut ins Produzieren von irgendeinem Content-Piece stecken, die, weiß ich nicht, vielleicht wochenlang sich Gedanken machen über ein Posting, gefühlt irgendwelche Arbeitskreise bilden, um einen neuen Blogbeitrag zu erstellen, sich Gedanken machen über die LinkedIn-Posting-Strategie, die LinkedIn-Themen, Riesen-Redaktionskalender vielleicht anlegen, etc. LinkedIn-Post produzieren, veröffentlichen, dann sehen denen irgendwie eine Handvoll Leute und dann am nächsten Tag verschwindet er schon in den Untiefen des Feeds und dann auf Nimmerwiedersehen. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen dafür sorgen, dass wir Content produzieren und dieser Content dann möglichst, möglichst, möglichst viele Augen aus unserer Zielgruppe dann auch wirklich zu sehen bekommen. Also, hundertmal mehr Reichweite, tausendmal mehr Reichweite als das, was wir vielleicht klassischerweise so von klassischem Content-Marketing, wenn man gerade am Anfang steht, kennen. Und ja, da ist der erste Kniff wirklich einmal pro Woche, also jetzt, das ist jetzt ein Beispiel, kann man natürlich auch einmal im Monat oder jeden Tag von mir aus machen, aber ich erzähle jetzt einfach mal, wie wir das hier bei uns machen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel freitags, heute Content-Produktionstag, deshalb sitzen wir hier und machen diesen Content. Und da nehme ich dann einmal pro Woche sozusagen ein Pillar-Content-Piece auf, also einmal dieses Stück Säulen-Content. Und das ist jetzt in meinem Fall beispielsweise ein Video, so wie wir dieses Video jetzt hier gerade aufnehmen. Mache ich auch dann häufig natürlich solo, so 15 Minuten, 20 Minuten Video, schön in der Regel nach Story-Teach-Tool-Schema aufgebaut, so irgendwelchen fachlichen Inhalten rund ums Thema B2B-Marketing, B2B-Growth für IT-Software-Consulting-Unternehmen etc. Und das ist eigentlich mein einziger Job, den ich habe, einmal pro Woche, was die Content-Produktion angeht. Dieses eine Pillar-Content-Piece zu produzieren. So. Und dann Schritt Nummer zwei, Kniff Nummer zwei jetzt auch zur Mehrfachverwertung, dass du dann daraus aus diesem einproduzierten Video jetzt in unserem Fall, es kann auch ein Podcast sein, es kann auch ein Artikel sein, einfach das Content-Format, was euch am besten liegt, daraus dann alle möglichen zusätzlichen Formate zu erstellen. Also in unserem Fall wird dann zum Beispiel aus diesem einen Video, das ich einmal pro Woche aufnehme, wird danach dann natürlich das Format Audio, das Ding hat eine Tonspur, dann wird daraus das Format Artikel, Man kann sozusagen den Inhalt des Videos schön in einen Artikel packen, da wird das Format Posting draus, da wird das Format Slides post oder Slides draus, weil man natürlich auch schön den Inhalt von diesem Video dann in solchen Slides darstellen kann. Und dann hat man da nachher aus diesem einen Content-Piece hat man ganz viele unterschiedliche Formate noch gebaut. Dabei hilft es übrigens auch wieder Story-Teach-Tool zu machen, weil man halt Story-Teach-Tool auch wieder in jeglichen Formaten sehr schön anwenden kann. Und dann, Schritt Nummer drei, Kniff Nummer drei der Mehrfachverwertung, diese produzierten Formate, übrigens Kurzvideos werden aus dem langen Video auch noch geschnitten, also dass du auch wirklich noch so Short-Real-Style-Video hast, hast du nämlich einmal das lange Video, hast du noch ein paar kurze Videos daraus geschnitten und dann werden all diese Formate im dritten Schritt auf allen möglichen Kanälen veröffentlicht. Also, dann wird das lange Video auf YouTube veröffentlicht. Dann werden die daraus geschnibbelten Short-Videos veröffentlicht als YouTube-Shorts, als LinkedIn-Postings, als TikTok-Postings, als Insta-Real-Postings. Dann wird der erstellte Post daraus, wird bei LinkedIn als Posting veröffentlicht. Dann wird der erstellte Artikel daraus als SEO-optimierter Artikel bei uns im XHR-Journal veröffentlicht. Dann wird eine E-Mail verfasst aus dem Artikel heraus wieder, die dann in den Verteiler gesendet wird. Dann werden die Slides genutzt und daraus ein LinkedIn-Slides-Posting veröffentlicht. Und so weiter und so. Dann wird natürlich die Audiospur genommen und als Podcast veröffentlicht. Hier, auf allen Podcast-Kanälen. Spotify, Apple Podcast, etc. Und so kriegst du es dann eben hin, dass du einmal pro Woche dich hinsetzt, dieses eine Pillar-Content-Piece aufnimmst und daraus dann natürlich, das muss man danach natürlich machen, aber das kann man sozusagen auch sehr schön streamlinen und das kann man sehr schön systematisieren, dann daraus diese ganzen Mikro-Content-Formate zu erstellen und das wiederum auf allen Kanälen zu posten. Das heißt, aus einmal eine Viertelstunde freitags jetzt aus meiner Sicht da sitzen und dieses Video aufnehmen, haben wir danach für eine komplette Woche auf allen möglichen Kanälen, in allen möglichen unterschiedlichen Formaten Content, den wir veröffentlichen und raushauen können. Und das ist eben wirklich dieses Mindset des Content Repurposing, Content Recycling, Mehrfachverwertung, was man unbedingt, unbedingt, unbedingt tun sollte. Das ist dann halt sehr systematisierte, skalierbare Content-Produktion, die dafür sorgt, dass man eben, ja, hundertmal, tausendmal mehr Reichweite bekommt und das jetzt auch erstmal nur auf den organischen Kanälen. Gleich noch den Plus Eins mit dazu, da kannst du dann auch dafür sorgen, dass es eben sozusagen auch noch dauerhaft wirkt, aber erstmal jetzt hier organisch schön verschiedene Formate und dann auf all den ganzen Kanälen veröffentlichen. Kann ich nur empfehlen, war auf jeden Fall bei uns auch ein sehr, sehr, sehr großer Game Changer. Wie groß, weil die Frage stellt sich mir jetzt als erstes, wie groß ist da bei dir der Anteil an wirklich Manpower und an KI? Weil aus einem Blogpost oder einem Artikel, ein LinkedIn-Posting schreiben, würde ich mir jetzt vorstellen, also das sind so Dinge, wofür ich halt auch KI nutze, um aus einem langen Text oder wenn er zu lang geworden ist, einen kurzen Text zu schreiben. Also ist das so, dass du das machst oder geht das bei euch in die Pipeline und Mitarbeiter machen den Rest unterstützt mit KI, weil das wäre die erste Frage, die wahrscheinlich jeder jetzt für sich auch hat. Ja, ich habe eine Mitarbeiterin, Steffi, bei mir, die genau das macht, also deren Job das ist. Und ja, das ist ihre Verantwortung dafür zu sorgen, dass aus diesem einen Content-Piece dann nachher die ganzen anderen Content-Pieces und Veröffentlichungen entstehen. Wir nutzen dafür insgesamt bislang vergleichsweise wenig KI. Wir haben schon ganz viel immer mit KI probiert und getestet, aber es hat dann am Ende doch nie unseren Qualitätsansprüchen, zumindest bis jetzt, genügt, weil ich schon, ja, ich schon das Gefühl habe, dass man, dass Menschen und Leser einfach merken oder Hörer oder Zuschauer oder Leser, insbesondere jetzt natürlich bei KI oder bei ChatGPT etc., merken, wenn das, wenn das, wenn das Ganze rein KI generiert wurde. Und da mir einfach super wichtig ist, dass halt auch so der persönliche Touch, der persönliche Vibe, so die persönliche Art zu schreiben und zu sprechen. Ich habe da irgendwie halt so eine sehr eigene Art, die, glaube ich, dann auch meine Hörer und Leser und so irgendwie, ja, ganz gerne mögen, dass das dann einfach verloren geht. und deshalb, ja, machen das praktisch meine Mitarbeiterin Steffi und ich gemeinsam sozusagen und so haben wir da eben eine Person im Team, die sich voll darum kümmert und dann kann man das auch mit einer Person sehr, sehr, sehr schön so machen. Ja, also ich kann es gut nachvollziehen, weil genau das ist bei dem zumindest komplett generierten Content bei KI auch meine Erfahrung. Was bei mir ganz gut funktioniert hat, hat aber auch lange gebraucht, bis ich einen Prompt zusammengestellt hatte, der das dann auch wirklich abgebildet hat, ist halt aus einem langen Text eine Kurzversion zu machen. Also mit verschiedenen Hinweisen, ändere nichts an der Tonalität, auch am Schreibstil nicht, sondern kürze einfach zusammen auch so und so viele Zeichen und setze hier und da Emojis für einen LinkedIn-Beitrag, achte darauf, das so und so. Und letzten Endes, ohne nochmal drüber zu gehen, finde ich, kann man es eh alles nicht machen. Also ich gehe über alle Sachen. Ja, genau, klar. Also Rechtschreibkorrektur, Formatierung und sowas ist einfach eine reine Fleißarbeit, die lasse ich schon KI machen, aber geschrieben habe ich es immer selber und am Ende ändere ich trotzdem noch ein paar Sachen, auch wenn die KI schon drüber gegangen ist. Ja, macht Sinn. Kann ich definitiv nur bestätigen. Ja, klar. Zur Mehrfachverwertung, ich weiß nicht, ob es noch kommt, jetzt merke ich gerade, dass mein Mikrofon gerade flöten geht. Super, ich habe es eben runtergestellt und dann meinte ich, noch weiter runter zu gehen. So, was hältst du von Reposting? Weil da habe ich vor ein paar Wochen vom Steffen Wetzel, kennst du wahrscheinlich auch von LinkedIn, ist auch sehr umtriebig mit seinen LinkedIn-Coachings und Beiträgen, der meinte, probiere mal so deine stärksten Posts alle acht bis zwölf Wochen einfach nochmal zu reposten, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering, gerade bei stärksten Posts, also Dinge, die nicht unbedingt die höchste Reichweite haben, sondern auch die wichtigsten Themen abbilden und das kann man ja heutzutage, also gerade so mit einem Tool wie Authored Up, bei anderen Social Media Plattformen weiß ich nicht, also ich bin ja eigentlich nur noch bei LinkedIn aktiv, kann man das ja hervorragend machen mit kleinen Änderungen dran. Ja, also inhaltlich würde ich mir da auch keine Sorgen machen, das kann man auf jeden Fall easy machen, weil genau, also erstens musst du eh erstmal hinkriegen, dass exakt die Leute, die das Posting beim letzten Mal gesehen haben, dass sie es jetzt wieder sehen, erstens das ist schon relativ unwahrscheinlich und zweitens, dass die sich dann auch noch genau erinnern, ist auch noch unwahrscheinlich und drittens, wenn es wertvoller, nützlicher, hilfreicher, inspirierender Content war, kann man ihn ja ruhig auch nochmal raushauen und nochmal zeigen, damit hilft man ja im Zweifelsfall nur nochmal, deshalb inhaltlich würde ich mir da jetzt auch keinen Kopf machen, und wir machen das jetzt trotzdem so eigentlich noch nicht. was ich häufiger mache, ist, dass ich natürlich meine Fachthemen regelmäßig sozusagen wieder auf den Tisch lege und dazu dann zum Beispiel wieder Videos mache, Podcast mache, Postings mache, Artikel mache etc., nur vielleicht nochmal von einer etwas anderen Seite beleuchte oder nochmal von einer anderen Nuance aus beleuchte. und so würde ich sagen, ist das bei mir eigentlich relativ organisch ohnehin drin, dass sich alle paar Wochen irgendwie die Themen auf irgendeine Art und Weise wiederholen, beziehungsweise natürlich mache ich auch selbst Evolution durch und lerne auch jeden Tag ganz viel neues Zeug dazu und dann entwickelt sich natürlich auch mein Content weiter und meine Inhalte weiter und so würde ich sagen, gehe ich das dann eher an. Ja, das ist mir auch, also bei meinen Sachen mir auch aufgefallen, dass sich schon inhaltliche Themen doch schon wiederholen, aber das ist auch, war ganz spannend. Das nochmal gehört dazu. Genau, und das ist auch ganz spannend, ich nutze zwar jetzt Authored Up schon seit, ich glaube seit es das überhaupt gibt, aber habe mich lange gar nicht damit beschäftigt, alte Beiträge nochmal durchzulesen da drin und habe auch irgendwann festgestellt, dass gewisse Themen, oh jetzt geht bei dir die Post ab, dass gewisse Themen ich wiederholt habe, aber aus einer völlig anderen Sichtweite und auch aus einer völlig anderen Entwicklungsstufe, auch aufgrund von neuen Erfahrungen und auch da wieder ganz wertvoll, wie du es eben schon gesagt hast, Feedbacks oder Fragen von Kunden aus reellen Situationen, die entstanden sind, um da auch konkreter in Themen reinzugehen. Ja, tausendprozentig. Tausendprozentig. So, habe ich richtig mitgezählt, das war jetzt Tipp 2 vor der Mehrfachverwertung oder nee, Tipp 1 war es? Nee, das war schon, das war schon, das war im Prinzip Pillar-Content Nummer 1, daraus die Formate erstellen, 2, dann diese Formate auf den ganzen Kanälen veröffentlichen, Nummer 3, aber wir haben ja noch den kleinen Zusatztipp Plus 1, der dafür sorgt, dass der Content, den man dann einmal produziert und auch in zig Formate und Kanäle dann mehrfach verwertet hat, dass der auch einfach dauerhaft wirken kann. Und da kann ich halt empfehlen, auf bestimmte Veröffentlichungen, die man dann rausgehauen hat, einfach Werbebudget draufzuhauen. Okay. Mit Ads zu arbeiten. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel LinkedIn Ads sich schnappt, bei LinkedIn Ads hast du halt den riesengroßen Vorteil, dass du haargenau targetieren kannst. Also, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, unsere Zielgruppe hier vor allen Dingen, wären jetzt zum Beispiel die Marketingentscheider oder auch die Inhaber von B2B-Unternehmen, IT, Software, Consulting-Bereich und dann können wir eben genau einstellen, dass jeden Tag Hunderte bis Tausende von Personen aus der exakten Zielgruppe praktisch unendlich lang in die Zukunft hinein, bis dass wir die Kampagnen, die Ads vielleicht irgendwann ausschalten, jeden Tag weiter diesen Content von uns sehen. Und das gibt dann halt nochmal einen kompletten zusätzlichen Game-Changer-Hebel obendrauf, weil dadurch natürlich, ja, du das Ganze auch wieder nicht nur für einen Shot produziert hast. Wir haben es zwar in der Quantität und was die Anzahl der Kanäle und so weiter angeht, schon enorm erhöht, auch schon auf der organischen Seite. Aber wenn man dann das, was man dort veröffentlicht hat, nutzt und Ads-Budget hinzuschaltet, muss auch gar nicht so viel sein. Dann sehen halt jeden Tag exakt die richtigen Personen aus eurer Zielgruppe diesen Content dauerhaft, permanent. Und das ist natürlich auch nochmal der riesen Unterschied zum organischen Content veröffentlichen. Beim organischen kannst du auf LinkedIn natürlich auch mal riesengroße Reichweiten hinbekommen. Oder natürlich auch auf so Plattformen wie TikTok oder sonst wo. Aber die Streuverluste sind halt auch trotzdem enorm. Also wenn du jetzt mal so ein Posting hast mit einer schön hohen organischen Reichweite, haben vielleicht mal einen Post von dir mal 50.000 Leute gesehen oder so, dann kannst du aber natürlich trotzdem nicht sicher sein, dass wirklich auch eine sehr große Anzahl dieser Leute, ein sehr großer Anteil auch wirklich deine exakte Zielgruppe ist. Und da ist es halt anders, wenn du jetzt zum Beispiel LinkedIn Ads hinzuschalten würdest. Da kannst du halt davon ausgehen, wenn das Ding dann jeden Tag ein paar hundert oder tausend Leute sehen, dann sind es auch exakt nur die Leute aus deiner exakten Zielgruppe. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es auch auf LinkedIn dieses neue Ads-Format namens Thought Leader Ads. Das ist noch ein ziemlicher Geheimtipp, weil den noch nicht so viele nutzen. Insbesondere große Werbetreibende davor auch noch zurückschrecken, weil das dann eben Werbung ist, die sozusagen nicht vom Company-Profil geschaltet wird, sondern vom persönlichen Profil. Und da werden einfach dann sozusagen organische Postings gepusht. Und da kann man sehr, sehr, sehr schöne Engagement-Rates, Klick-Through-Rates, Kost per Klick etc. hinbekommen, CPMs hinbekommen. Das kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren, wenn ihr auf LinkedIn aktiv seid. Ein kleiner Geheimtipp, diese Thought Leader Ads dann auf eure bereits veröffentlichten Postings draufschalten, auf die, die am besten funktioniert haben und dann eben damit eure exakte Zielgruppe targetieren. Das ist nochmal ein dauerhafter Zusatzhebel für die Reichweite von dem, was eben mit viel Herzblut an Content vorher produziert wurde. Sehr, sehr gut. Spannend. Ich habe gesehen, du hast bei LinkedIn auch mal so eine Art Flowchart dazu gepostet, wie du die Mehrfachverwertung gestaltest. Ist das auch ein Video von dir gewesen? Ich habe es nicht mal ganz auf dem Schirm oder war das nur ein Foto? Ja, ja. Das war natürlich alles, wie du weißt. Ja, stimmt. Ein Video, ein LinkedIn-Posting und so weiter und so fort. Und genau, das war der LinkedIn-Post. Der ging auch ziemlich durch die Decke auf LinkedIn. Ich glaube, der hatte auch irgendwas so 200.000 Impressions oder irgendwie sowas um den Dreh. Wahnsinn. ist ja auch ein Thema, was alle interessiert. Das muss man auch noch differenzieren, habe ich gelernt. Also ich habe mich lange Zeit, obwohl ich jetzt seit fast genau zwei Jahren sehr aktiv bei LinkedIn bin, habe ich mich lange Zeit über die Impressions verrückt gemacht. Ich glaube, der Post mit den höchsten Impressions bei mir ist 15.000. Ja, ist doch gut. Der ist ja auch super. Der ist doch gut. Also super. Und ist auch normal. Genau, es ist halt spezieller Content. Also wenn ich jetzt breiter wäre, wie zum Beispiel mit Themen wie LinkedIn oder Marketing, was mehr anspricht, habe ich natürlich höhere Reichweite. Nur auch da, wie du schon gerade gesagt hast, ist ja nicht unbedingt meine Zielgruppe deshalb. Genau, genau. Und jetzt könntest du halt hingehen und man müsste sich jetzt deinen Post mal angucken mit den 15.000, ob der auch sozusagen fachlich auch relevantes Zeug liefert. Oder ob es jetzt nur ein Katzenbild war, was gut funktioniert hat. Es war ein, sag ich mal, kontroverses Thema. Die Überschrift war, das Webinar ist tot. Ja, okay. Aber dann geht es ja schon in Richtung fachliches Thema, ja. Genau, hat viele getriggert. Damals, obwohl es aus Februar, nee, gar nicht, April diesen Jahres war, haben sehr viele aus meiner alten Zielgruppe, also Trainer und Coaches, darauf reagiert. Es ging grundsätzlich darum, dass mein Schwager erzählte, bei ihm in der Firma wird nichts mehr digital gemacht, was natürlich absolut dämlich ist. Also sorry, anders kann ich nicht sagen. Und er sagte auch, völlig dämlich, weil von Seiten der Mitarbeiter die Bereitschaft oder der Wunsch ist, aber sowohl in der Geschäftsführung, aber vor allen Dingen auch viele der externen Trainer sagen, nee, nee, das ist alles nichts und darauf gedrängt haben. Das habe ich jetzt so detailliert im Post nicht geschrieben, aber das hat er mir im Nachhinein noch erzählt, dass es häufig auch von Seiten der Trainer kam, so ein bloß nichts Digitales mehr machen. Hintergründe sind ganz oft auch, dass es halt einfach bei den meisten nicht funktioniert hat, weil sie es halt halbherzig gemacht haben. Und das ist natürlich ein extrem polarisierendes Thema. Viele fühlen sich da angesprochen und das ging ab wie Schmitz Post, Schmitz Katz. Aber so einen Post würde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mit einer Anzeige in den Vordergrund bringen wollen, weil es, ja, nicht ganz meine Zielgruppe ist. Ja, okay. Dann machst du halt Content oder Postings, die relevant für deine Zielgruppe sind. Kannst du ja nochmal im Storyteach-Tool-Schema drüber polischen. Genau. Und dann kannst du da Thought Leader jetzt drauf schalten. Und dann sehen halt jeden Tag deine exakten Zielgruppen. Mitglieder sehen dann halt dieses Posting, ja. Sehr gut. Webinare sind natürlich nicht tot. Absolut nicht. Also wie gesagt, das ist so einer der Gründe, warum ich auch so ein bisschen die Zielgruppe gewechselt habe. Also, weil halt die Unternehmen da witzigerweise, die am Anfang eher verhalten waren, jetzt halt doch vermehrt da in die Professionalisierung gehen und sagen, ja, Mensch, das bringt viele Vorteile mit sich, gerade in Zeiten, wo man jetzt doch sehr, sehr aufs Geld gucken muss. Wie man Zeit und Geld spart auch. Gerade, wir machen zum Beispiel, wir machen jeden Monat machen wir ein Webinar, manchmal sogar zwei Webinare pro Monat. Und Webinare sind der stärkste Hebel, um wirklich aus, ja, ich sag ja auch immer, aus den grünen Bananen dann auch reife Bananen zu machen. Also aus den Personen, die schon irgendwie so ein bisschen in deinem Zielgruppenbesitz sind, die dir vielleicht schon ein bisschen folgen oder so, dann aus diesen auch wirklich Interessenten zu machen, die dir vertrauen, die Beziehung zu dir aufgebaut haben, die Nachfrage zu dir aufgebaut haben, woraus sich dann auch wirklich Verkaufsgelegenheiten ergeben. Also im Marketing, Webinare weiterhin, gerade auch im B2B-Markt. Sehr, sehr, sehr wirksam. Wenn man es richtig macht. Es gibt vier wichtige Webinar-Conversions, die man optimieren muss. Und wenn man das im Griff hat, dann sind Webinare super. Aber da machen wir mal eine andere Folge. Wollte ich gerade sagen, jetzt hast du das nächste Thema aufgemacht. Ich habe nämlich auch sehr viele Webinare schon gemacht. Die letzte Reihe, die ich gestartet habe, diesen Jahr im Sommer, war halt monatlich ins Live bei LinkedIn, parallel auch bei YouTube, da der Steffen Wetzel damit sehr, sehr erfolgreich läuft. Und das erste, die ersten zwei liefen auch super und dann hat es halt nachgelassen. Plus die Tatsache, dass natürlich das Nachfassen mit so einem Livestream auch ein bisschen schwierig ist, weil wenig Verbindlichkeit ist. Deshalb im neuen Jahr möchte ich mal wieder ein paar starten. Gleiche Zielgruppe, etwas fokussierterer Inhalt, vielleicht für die jeweiligen Zielgruppen, was weiß ich, Unternehmensbereiche, Maschinenbau und 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 getrennt. Du hast ja mit Softwareunternehmen, oder IT hast ja im Prinzip eine ganz klare Zielgruppe. Bei uns ist es ja ein bisschen breiter gefächert. Und dann wieder mal mit Registrierung mal gucken, wie es dann angenommen wird. Dann ist es natürlich auch einfacher. Mach mal. Ich habe da bei mir im YouTube-Kanal habe ich auch ein Video veröffentlicht, können wir vielleicht darunter verlinken, wo ich diese genaue Webinarstrategie zeige und dann auch sozusagen ganz viele Vorlagen, Schablonen dazugebe, wie wir da immer unsere Webinare füllen. Wenn es dich interessiert, kannst du dir mal angucken. Schicke ich dir gleich mal rüber. Und ja, da kannst du dir, glaube ich, ein paar Sachen vielleicht einfach abgucken, jetzt noch für, wenn du jetzt wieder deine Live-Webinare dann wieder machst. Genau, sehr spannend. Das sehe ich auch schon. Da können wir im neuen Jahr direkt nach dem Termin suchen für das Thema Webinarstrategie, weil das wird bleiben. Auch für Unternehmen wird es total interessant. Also immer bleiben. Definitiv. Tausendprozentig. Tausendprozentig. Michael, ich danke dir vielmals für diese wertvollen Tipps, den ganzen Input, weil das war ja jetzt echt ein Feuerwerk, ein bunter Blumenstrauß an Input. So muss das sein. So muss das sein, genau, dass ich gar nicht so viel zu reden habe, weil da kommt so viel wertvoller Content von dir. Ja, ich wünsche dir, wir sehen jetzt große Weihnachten, eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Ebenso. Dann besprechen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr und an alle, die jetzt auch mal zuschauen, jetzt mache ich mal den Affen hier, mein erster Podcast, der auch als Video rausgeht. Vielen Dank fürs Dabeisein und für alle, die auch meine Abonnenten sind, fürs regelmäßig reinhören in meine Podcasts. Das freut mich sehr, denn Ziel all dieser Bemühungen, natürlich Marketing, klar, aber bei dem allem, was ich mache, ist mein Ziel immer Menschen zufrieden und glücklich zu machen und weiterzuhelfen. Sonst hätte ich mich mit dem Thema Schulung auch nie befasst. In diesem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, die heutige Folge hat dich auch weitergebracht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao.